Für James Pitson ist der 11. Mai 2011 ein Mittwoch wie jeder andere. Er bringt seinen Sohn Timothy in die Grundschule, bevor er selbst zur Arbeit muss. Der Sechsjährige ist an diesem Tag spät dran. Mit seinem Spider-Man-Rucksack springt er hastig aus dem Auto und ruft seinem Vater noch zu Ich liebe dich, Dad, bis später, bevor er in der Schule verschwindet. Doch es wird kein später geben. Die Familie Es ist Ende des Jahres 2002 und James Pitson, der von seiner Familie Jim genannt wird, begleitet er unfreiwillig einen Freund auf einer Abschiedsparty in seinem Büro. Doch diese Party verändert sein Leben. Die Frau, deren Abschied gefeiert wird, ist Amy Fry, die ihn vom ersten Moment an fasziniert. Sie ist eloquent, kontaktfreudig, reist gern. James und sie verbringen den gesamten Abend gemeinsam und er weiß, dass er sie wieder treffen muss. Einen Tag nach der Party fragt er Amy nach einem Date und die beiden beginnen schließlich eine Fernbeziehung. Amy lebt und arbeitet im US-Bundesstadt Illinois. James in Iowa. Alle paar Wochen fährt er sie besuchen. Viele beunruhigende Aspekte ihres Lebens lernt er deshalb erst nach einiger Zeit kennen. Amy durchlebt gerade ihre dritte Scheidung, leidet seit Jahren unter Depressionen und ist suizidgefährdet. Einen Suizidversuch hat sie bereits in der Vergangenheit überlebt. Doch kurz nach dem Beginn ihrer Beziehung zu James kommt es zu einem weiteren. Nach einem Vorstellungsgespräch für einen Job, den Amy schließlich bekommt, hält sie mit ihrem Auto an einer Klippe. Sie nimmt eine Handvoll Schmerztabletten und wartet, bis sie runterfällt. Doch sie überlebt und bricht sich lediglich einen Wirbel. Erst jetzt erfährt James von den psychischen Erkrankungen seiner neuen Freundin. Doch die ganze Wahrheit verschweigt sie ihm auch weiterhin. Eigentlich müsste sie Medikamente gegen ihre Angstzustände und Depressionen nehmen. Doch oft weigert sie sich dagegen mit verheerenden Folgen. Sie ist ohne Medikamente emotional instabil, angespannt und leicht zu reizen. Von einem Hore, dem sie fröhlich und ausgelassen ist, fällt sie innerhalb von Sekunden in ein Tief. Es ist ein Punkt, der in der Partnerschaft und späteren Ehe oft für Streit zwischen James und Amy sorgt. Wenn sie sich weigert, ihre Medikamente zu nehmen, versucht James, sie daran zu erinnern. Doch Amy schreit ihn jedes Mal an, dass es ihn nicht zu interessieren habe. Amys Schwester beschreibt zehn Jahre später in einem Interview, dass ihre Schwester immer rastlos war. Sie war ständig auf der Suche nach Glück. Doch nichts hat sie erfüllt. Eigentlich haben sich James und Amy damit abgefunden, keine Eltern zu werden. Amy will keine Kinder, da sie Angst hat, ihre psychischen Erkrankungen zu vererben. James, der mit 20 den Krebs und eine Chemotherapie überstanden hatte, wurde damals fälschlich als unfruchtbar diagnostiziert. Doch als Amy nach einem Jahr Fernbeziehung doch schwanger wird, sehen es beide als ihr Wunder an. Trotz der bisherigen Schwierigkeiten zwischen James und Amy wollen sie ihrem Kind eine glückliche Familie bieten. Sie heiraten, ziehen zusammen und all ihre Bedenken sind verflogen, als 2004 Timothy geboren wird. Für Amy ist ihr Sohn nun der Mittelpunkt ihres Lebens. Endlich scheint sie das Glück gefunden zu haben, das sie jahrelang gesucht hat. Auch Timothy und James sind unzertrennlich. Sie toben zusammen im Garten, den sein Vater in ein Spielparadies für seinen Sohn verwandelt hat. Zusammen sammeln sie Matchbox-Autos und fahren Go-Kart. Von außen betrachtet wirken die Pizzens wie eine glückliche Familie, in deren Leben Timothy der Mittelpunkt ist. Doch schnell merkt Amy, dass auch die Rolle als Mutter sie nicht glücklich macht. Das Lochen, das sie fällt, ist noch tiefer, als es sonst nach jeder Trennung war. Hinzu kommen Geldsorgen und die ständigen Strattereien, wenn James sie bittet, ihre Medikamente zu nehmen oder sie trotz der finanziellen Engpässe der Familie luxuriöse Urlaube mit ihren Freundinnen bucht. Amy droht James immer wieder mit der Scheidung, die er eigentlich gar nicht will. Er will Timothy eine stabile Familie bieten und lieber, dass Amy und er in ihrer Beziehung arbeiten. Doch er weiß nicht, dass seine Frau bereits abgeschlossen hat. Abgeschlossen mit allem. Die letzten Tage Anfang Mai 2011 gibt es erneut Streit zwischen den Eheleuten. Amy hat mit einer Freundin einen teuren Bahamas-Urlaub gebucht und James kann nicht verstehen, wie Amy, während ihre vierte Ehe vor dem Scheitern steht, lieber in den Urlaub fliegen will. Als James sie nach der Bahamas-Reise vom Flughafen abholt, ist sie wie ausgewechselt. Die 43-Jährige ist fröhlich, ausgelassen und der Urlaub scheint ihr gut getan zu haben. Doch er irrt sich. Einige Tage nach ihrer Rückkehr holt der Alltag die Familie wieder ein. Der 11. Mai 2011 ist wie ein gewöhnlicher Mittwoch bei den Pizzens. Doch es ist der Tag, der James' gesamtes Leben ändern wird. Die Grenze zwischen dem Leben mit seinem geliebten Sohn und der rastlosen Suche nach ihm, die seit elf Jahren seinen Alltag bestimmt. Um 8 Uhr setzt James den 6-Jährigen an der Grundschule ab, der eilig mit seinem Spider-Man-Rucksack aus dem Auto springt und seinem Vater zuruft, ich hab dich lieb, Dad. Danach fährt James Amy zur Arbeit. Er sieht ihr noch nach, wie sie das Gebäude betritt, bevor er selbst zu seinem Job fährt. Doch nur 30 Minuten nachdem Timothy an der Grundschule abgesetzt wurde, wird er aus dem Unterricht geholt. Es gäbe einen familiären Notfall und der 6-Jährige müsse schnell nach Hause. Die Frau, die das in der Schule sagt und Timothy an diesem Morgen abholt, ist Amy Fry-Pitzen, seine Mutter. Niemand in der Schule hinterfragt, was los ist und was in den 30 Minuten passiert sein soll, sondern sie geben Timothy in die Obhut seiner Mutter. Die Rekonstruktion des Tages zeigt, dass Amy und Timothy ihr Auto geholt haben, was sie in eine Werkstatt bringt. In der Zwischenzeit gehen sie und ihr 6-jähriger Sohn in den Zoo, bevor sie das Auto gegen 15 Uhr wieder abholen. Währenddessen fährt James gegen Mittag zur Grundschule, um Timothy abzuholen. Doch zu seiner großen Verwunderung ist er nicht mehr in der Schule. Auch die Lehrkräfte sind erstaunt, dass James Pitsen vor ihnen steht. Schließlich gäbe es doch einen Notfall in der Familie, weshalb sie Timothy in die Obhut seiner Mutter gegeben haben. Aber das ist eine Lüge. Es ist nichts passiert. Und es war nie abgemacht, dass Amy den gemeinsamen Sohn an diesem 11. Mai abholen soll. Er versucht, seine Frau zu erreichen, schreibt ihr. Doch es vergehen Stunden, in denen sie sich nicht meldet. Auch bei Amys Familie und ihren Freundinnen ruft er an. Sie haben ebenfalls nichts von der 43-Jährigen gehört. Allerdings beruhigen sie ihn. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass Amy nicht erreichbar ist. Immer wenn es Streit zwischen den beiden gibt, fährt sie für einige Stunden weg, um den Kopf freizubekommen. Doch es ist das erste Mal, dass sie Timothy dabei mitgenommen hat. Als James am Abend immer noch nichts von seiner Frau und seinem Sohn gehört hat, will er die beiden als vermisst melden. Aber die Polizei weist seine Anzeige zunächst ab. Timothy ist schließlich in der Obhut seiner Mutter und diese darf sich aufhalten, wo sie will. Erst wenn 24 Stunden vergangen sind, würden sie handeln. James, der immer mehr Angst um seinen Sohn bekommt, durchwühlt, indem es die Sachen seiner Frau, um einen möglichen Hinweis zu bekommen, wo sie sein könnte. Stattdessen findet er allerdings ihre Medikamente. Seit Tagen hat sie diese wieder nicht genommen. Während James vor Sorge zu Hause sitzt und hofft, dass jeden Moment Amy und Timothy zurückkommen, werden Überwachungsaufnahmen, die die Polizei später sichtet, zeigen, dass die beiden zu einem Indoor-Wasserpark in Illinois gefahren sind und dort im Hotel die Nacht verbringen. Am nächsten Tag checken sie aus und fahren weiter in einen Vergnügungspark in Wisconsin, wo Überwachungsaufnahmen sie erneut aufnehmen. Ihre Kreditkartenabrechnung zeigt außerdem, dass sie an diesem Tag tankt und Spielsachen für Timothy kauft. Währenddessen nimmt die Polizei schließlich die vermissten Anzeige von James auf. Viel machen können sie aber trotzdem nicht, denn am Freitag, den 13. Mai um 13.30 Uhr, meldet sich Amy plötzlich bei ihrer Verwandtschaft. Sie ruft ihre Mutter und ihre Schwester an, sagt ihnen, dass alles in Ordnung sei und dass es Timothy und ihr gut gehen würde. Sie hören auch den Sechsjährigen im Hintergrund reden. Bei ihrem Ehemann meldet sie sich allerdings nicht, auch wenn er versucht, sie anzurufen. Dann nimmt sie nicht ab. Stattdessen ruft Amy James' Bruder an, der sie bittet, zurückzukommen oder sich wenigstens bei James zu melden. Doch das will Amy nicht. Es fällt in dem Gespräch ein Satz, der ihn sofort beunruhigt. Timothy ist mein Sohn. Er gehört mir. Und ich kann mit ihr machen, was ich will. Nach diesem Telefonat, welches sie laut Handyortung an einer Autobahn in Stirling im Norden des Bundesstaats Illinois getätigt hat, verliert sich die Spur von Amy und Timothy. Die 43-Jährige wird erst gegen 20 Uhr desselben Tages von Überwachungskameras eines Supermarktes in der Nähe der Stadt Rockford im Norden von Illinois gesehen. Sie ist allein und kauft Lebensmittel, ein Blog, Stifter und Briefumschläger. Um 23.15 Uhr checkt sie in ein Motel in Rockford ein. Wieder ist sie allein. Am Nachmittag des 14. Mai 2011 klopft es an der Tür von James Pitsen. Die Polizei steht vor ihm. Er ist erleichtert, denkt, dass sie Amy und Timothy gefunden haben. Doch der Hoffnungsschimmer erlischt sofort. Sie haben Amy wirklich gefunden. Doch sie ist tot. Und von Timothy fehlt jede Spur. Bis heute. Verschwunden Um 12.30 Uhr am 14. Mai findet die Reinigungskraft des Motels Amys leblosen Körper im Zimmer. Sie hat sich mit einem Teppichmesser den Hals und die Pulsadern aufgeschnitten und eine tödliche Überdosis Antihistaminika genommen. Im Zimmer finden sich zwei Briefe. Ein für das Motel-Personal, in dem sich Amy entschuldigt. In der anderen Notiz, die auf dem Bett liegt, schreibt sie, dass Timothy in Sicherheit sei, aber nie gefunden werde. Vor ihrem Tod hat sie außerdem zwei Abschiedsbriefe per Post verschickt. Einer an ihre Freundin, mit der sie auf den Bahamas war. Und einer an ihrer Mutter. In diesem schreibt sie, Im Motel gibt es keinen Hinweis darauf, dass Timothy jemals dort gewesen wäre. Weder seine Kleidung, sein Spider-Man-Rucksack noch die Spielsachen, die Amy kurz zuvor gekauft hatte, sind zu finden. Bis heute sind sie nicht wieder aufgetaucht. Auch Amys Kleidung, die sie in den letzten Tagen trug, sind im Zimmer. Ihr Handy wird erst zwei Jahre später an einem Straßenrand gefunden. Die erhofften Hinweise kann es allerdings auch nicht liefern. Am Teppichmesser findet die Polizei kein Blut von Timothy. Dafür allerdings im Auto seiner Mutter. Doch auch dieser Hinweis entpuppt sich als falsche Fährte. Der Sechsjährige hatte wenige Tage vor seinem Verschwinden im Auto Nasenbluten. Es werden auch die Reifen von Amys Wagen untersucht. Die forensischen Analysen können ein Stück weit rekonstruieren, wo Amy in der Zeit zwischen dem letzten Telefonat und dem Einchecken in Rockford gewesen sein könnte. Einige Zeit muss sie auf einer Schotterstraße gestanden haben. Das zeigen die Steinablagerungen im Reifenprofil. Sie muss danach rückwärts auf eine Graswiese gefahren sein. In diesem Bereich gibt es Birken und Eichen. Und sie muss in der Nähe eines Teichs gewesen sein, was Wasserpflanzen an den Reifen zeigten. Doch trotz der umfangreichen Ergebnisse können die Ermittler nicht genau lokalisieren, wo sich Amy am 14. Mai zwischen 13.30 Uhr und 20 Uhr aufgehalten hat. Sowohl James als auch Amys Familie können sich nicht vorstellen, dass sie ihrem Sohn wirklich etwas angetan hat. Bis heute sind sie der festen Überzeugung, dass Timothy lebt. Doch wo könnte er sein? Es gibt Hinweise darauf, dass Amy schon Monate zuvor das Untertauchen des Sechsjährigen vorbereitet hat. Ihre Fahrzeugaufzeichnungen zeigen, dass sie bereits im Februar und im März 2011 nach Rockford und Stirling fuhr, wo Amy das letzte Mal lebend gesehen wurde. Doch was machte sie dort? Sie erzählte niemandem von den Reisen und es gab für sie keinen Grund, dort hinzufahren, denn sie kannte dort niemanden. Oder etwa doch? Hat sie bereits Monate vor ihrem Suizid alles bis ins kleinste Detail geplant? Aber warum hat sie Timothy überhaupt entführt und möglicherweise ein Leben ohne seinen Vater und seine Großeltern eingeleitet? Amy Schwester glaubt, dass sie ihm den Schmerz nehmen wollte, mit dem Wissen aufzuwachsen, dass seine Mutter Suizid begangen hat. Doch warum wollte Amy dann nicht nur Leid wegen ihres eigenen Todes über ihre Familie bringen, sondern auch noch mit dem Verschwinden von Timothy? Schließlich hat sie nicht nur James den Sohn genommen, sondern auch ihren Eltern das Enkelkind und ihrer Schwester den Neffen. Trotz der Differenzen zwischen James und Amy war das Verhältnis zu Amys Familie immer gut. Auch heute stehen sie hinter James und müssen täglich mit dem Schmerz und der Qual leben, was mit Timothy passiert ist. Zum zehnten Jahrestag seines Verschwindens veröffentlicht seine Cousine Phoebe ein Brief in der Presse, gerichtet an den 16-jährigen Timothy. Lieber Tim, ich erinnere mich genau an das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe. Es war ein ganz normaler Besuch für meine Schwester und mich in den Frühlingsferien. Meine Tante Amy, deine Mutter, bestand darauf, etwas zusammen zu unternehmen. Ich erinnere mich, dass ich später bei dir zu Hause war und Hot Dogs gegessen habe. Ich erinnere mich, dass du mit deinen Spielsachen gespielt und mit mir über Spider-Man geredet hast. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass meine Tante Amy wollte, dass ich mit dir spiele, weil ich dich eine Weile nicht sehen würde. Es klang normal, da ich weit weg lebte und euch nur während der Schulferien besuchte, aber ich hätte nie gedacht, wie wahr es werden würde. Eine Sache, die mir immer klar war, selbst als Kind, war, wie sehr deine Mutter dich liebte. Sie war immer so nett und liebevoll zu dir. Egal, wo du bist, ich hoffe, du weißt das. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht immer noch unglaublich wütend auf ihre Entscheidung bin, das zu tun, was sie getan hat. Ich bin traurig, dass wir dich nicht aufwachsen sehen konnten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass du genauso warmherzig und freundlich geworden bist wie deine Eltern. Wo auch immer du bist, ich hoffe, du bist glücklich, sicher und gesund. In Liebe und Hoffnung, deine Cousine Phoebe. Die falsche Hoffnung Es vergehen Monate und schließlich Jahre, in denen die Familie und die Polizei nach dem verschwundenen Jungen suchen. Der Fall Timothy Pitson hat vor allem in den USA eine riesige mediale Berichterstattung erfahren. Wochenlang kampieren Fernsehteams vor dem Haus von James Pitson. Doch ihm ist die Berichterstattung wichtig. Er ist sich sicher, dass Timothy lebt, aber Vorkehrungen getroffen wurden, dass der mittlerweile 17-Jährige nicht weiß, dass er vermisst wird. Ungewöhnlich im Fall ist auch, dass sowohl die Organisation für vermisste Kinder in den USA die regelmäßig Rekonstruktion des alternden Timothys veröffentlicht, als auch die Polizei sehr sicher sind, dass er noch am Leben ist. Einen Beweis dafür veröffentlichen sie allerdings nicht. Auch James hält sich in Interviews vage bei den Vermutungen von ihm und der Polizei. Es soll kein mögliches Täterwissen an die Öffentlichkeit gelangen. Er deutet lediglich an, dass vermutet wird, dass Timothy in einer abgelegenen Gegend vielleicht außerhalb des normalen gesellschaftlichen Lebens in den USA untergekommen sein könnte oder er gar ins Ausland gebracht wurde. Ob es Hinweise gibt, wo er genau sein könnte, sind öffentlich nicht bekannt. Da James Pitson neben englischsprachigen Medien aber auch aktiv die deutsche Presse kontaktiert, um den Fall bekannt zu machen, gibt es Spekulationen, dass Timothy möglicherweise nach Deutschland gebracht wird. Im April 2019 überschlagen sich plötzlich die Nachrichten. Timothy Pitson wurde gefunden. Eine Frau aus Newport im US-Bundesstaat in Kentucky hat einen mageren jungen Mann, der verletzt und nervös ist, gesehen, wie er durch die Straßen irrt. Als die Polizei ihn aufgreift, sagt er ihnen, Bitte helfen Sie mir, ich will nach Hause. Ich bin Timothy Pitson. Er sei jahrelang von zwei Männern verskalten worden und hätte sich jetzt erst befreien können. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht, dass Timothy acht Jahre nach seinem Verschwinden wieder aufgetaucht sei, obwohl dies noch nicht bestätigt ist. Auch James kann es nicht fassen, was er in den Nachrichten liest. Innerhalb weniger Stunden wird er von der Presse belagert, die wissen will, wie es ist, wieder mit seinem Sohn vereint zu sein. Amys Familie ist ebenfalls voller Hoffnung. Ihre Schwester sagt in einem Interview, Ich dachte, es wäre echt, zu 100 Prozent. Es kam mir nicht einmal in den Sinn, dass er es nicht sein könnte. In meinem Kopf routinierten ganz andere Dinge. Wer holt ihn ab? Braucht er Kleidung? Doch einen Tag später gibt es Ernüchterung. Der DNA-Abgleich hat ergeben, dass der Teenager nicht Timothy Pitson ist. Es handelt sich um den 22-jährigen Brian Reney, der bereits wegen Einbrüchen und Vandalismus verurteilt wurde und unter psychischen Erkrankungen leidet. Aus seiner True-Crime-Dokumentation hat er die Informationen zum Verschwinden von Timothy Pitson. 2020 wird er wegen Identitätsdieb Staates zu zwei Jahren Haft verurteilt. Auf die Frage, warum er sich als Timothy Pitson ausgegeben hat, antwortet er, dass er sich gewünscht habe, er hätte einen Vater wie James Pitson. James Pitson lebt seit elf Jahren in einem Albtraum. Er ist ein gebrochener Mann, der täglich von der Trauer um seinen Sohn überkommen wird. Er muss da aus dem Haus ausziehen, wo ihn alles an Timothy erinnert hat. Manchmal verbringt er Tage mit heruntergelassenen Jalousien, um sich von dem Medienrummel abzuschotten. Sein größter Wunsch ist es trotzdem, noch einmal Vater zu werden. Er hofft, dass er dann sein Trauma endlich überwinden kann. Er hofft, dass er sich dann nicht ohne